hallo liebe freunde heute melde ich mich aus meinem büro noch mal von zu hause aus denn es ist bei uns kein wetter hier zum rausgehen es liegt nur schnee und es regnet auch zusätzlich das heißt also da macht filmen draußen keinen spaß obwohl es im letzten monat schon sehr schwierig war wetterbedingt schwierig war draußen fotos zu schießen habe ich immer mal wieder versucht wenn gerade mal so ein paar stunden trockenes wetter angesagt war und diese bilder zeige ich euch heute in diesem video weil es schwierig war im letzten monat schöne fotos zu machen ist die auswahl auch dieses mal nicht so groß aber ich hoffe dennoch dass euch das gefällt und würde mich freuen wenn ihr dabei bleibt so Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018